Ja, servus. Also ich bin jetzt beim Pommes Frites Stand und habe mir ein paar Pommes Frites bestellt, damit wir es testen können, weil wir haben es ja so viel schon am Fernseher gesehen und ich wollte den Ernst und Alex ein bisschen einversüchtig machen, seitdem sie in der warmen Kabine sein durften. Ich habe jetzt schon bezahlt, muss leider noch warten ein bisschen und ein bisschen füllen für euch, weil die schon schön warm gekocht werden, aber da jetzt kommt der Salz gleich rauf. Ein richtiger, man darf ja nicht French Fries sagen, das heißt ja Belgian Fries und schön gesalzen werden sie für mich und dann werde ich sie alle aufessen und keine dem Ernst und den Alex geben, das ist ganz wichtig. Du, Bernhard, was heißt da für dich? Du musst uns jetzt schon welche bringen. Nein, 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 das war auch ganz witzig. Die lieben Kameraden, die uns helfen, die waren ganz besorgt, wo das gedreht wird, weil ich glaube, dass die Jungs hier nicht im belgischen Fernseher auftreten wollten. Ich habe gesagt, Österreicher haben gesagt, das ist ganz weit weg, das können wir machen. Ich habe auch keine Angst vor der Qualität der Pommes Frites, meiner sehr objektiven Test davon. Vielleicht kriege ich es jetzt. Ich glaube, wir könnten in der Zwischenzeit... Mayonnaise, please. Mayonnaise, please. Thank you. It's fine. It's perfect. Mayonnaise, oder? Ketchup oder Mayo ist die große Frage. Auch das wäre eine Umfrage für unsere Instagram-Seite, Ketchup oder Mayo. Vielleicht können wir das online stellen. Und die zweite Frage, die wir natürlich auch an Sie richten möchten, was ist jetzt gescheiter? Nass und satt oder trocken und hungrig? Trocken und hungrig. Hätte ich auch so gesehen. Ferdinand, deine Ansicht? Ich muss nass und satt sagen, aber satt bin ich noch nicht. Ich muss noch warten. Dazu darf ich die anderen ein bisschen servieren. Die echten Belgier, der Österreicher, kriegt jetzt als zweites erst. Verständlicherweise. Die Fans müssen zuerst gegeben werden, was sie verdienen. Sie warten auf ein Rennen und kriegen es noch nicht. Also lieber satte, wütende Fans als leere, gebrauchene, wütende Fans zu haben. Speziell, wenn ich hier in der Gegend herumlaufe. Und zwar wichtig zu mit der Kamera. Leergebrauchene. Leergebrauchene. Jetzt habe ich mir gedacht, den Mann, der die meisten Wortkreationen erfunden hat, den kenne ich schon. Plötzlich tut sich da Konkurrenz auf. Ja, richtige Konkurrenz. Aber es kommt bei der Rafferei raus. So Jungs, jetzt muss ich einen guten Platz finden. Weil ich muss jetzt essen und das Mikro halten. Ich teste jetzt einmal die erste. Du kannst einen Platz bei mir in der Kabine haben. Das wünschst du dir, gell? So, testen wir das jetzt einmal. Und ich hätte noch Ketchup, Mayonnaise und Ketchup gefragt. Rot-Weiß-Rot. Aha. Ich bin eher ein Mayo-Tipp. Also Alex, die sind so gut. Ich glaube, die schaffen es nicht in der Kabine. Ich glaube, die werden, auch wenn ich es versuchen würde, am Weg hin, weg sein, wenn ich ankomme. Aber wie merkt man das? Ernst habe ich gestern trockene Socken gegeben. Das stimmt. Er braucht sich nicht beschweren bei mir. Aber es ist gut, dass wir so kleine Ständel haben, weil dann haben die Fans zumindest etwas zu tun. Und ich auch, um ehrlich zu sein. Weil ich lieber auch in Rennen schauen würde und ihr auch wahrscheinlich lieber, als mich beim Pommes frites essen zu schauen. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, meine Mama schaut nicht zu mit meinen Manieren hier. Ja, man hört es. Ja, mit Pommes frites in Münzen sprechen auf dem ORF. Das habe ich mir nicht gedacht, dass das passieren wird, wo ich so zwölf am Kart fahren. Lass uns einmal schmecken, Ferdinand. Danke. Wir schauen, was sich da wieder unten tut. Pitlin oder wo auch immer. Schauen wir mal rein ins Live-Bild. So. Schauen wir mal, was ich da für ein Blödsinn erzähle. Aber so. Wir willkommen. Hallo. Servus. Servus. Servus, Servus. 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 Servus, der Ferdinand. Servus. Servus, wenn er was herbringt. Der weiß, wie man was weird beim ORF. Ja, schon. Da kannst du meine Nüsse haben, gell. Das ist so lieb von dir, danke Alex. Ich hoffe, du bist schnell genug gegangen und die Pommes sind nicht ausgekühlt. Das ist jetzt wirklich zu viel, ernsthaft. Ja. Ich hab mir gedacht, ich unterbreche euch beim Blödsinn erzählen. Danke, ein bisschen. Ein Müllsack eigentlich. Aber ich schalte den Ton aus beim Essen, sonst schimpft die Mama. Diese Unterbrechung bezüglich beim Blödsinn-Reden, die kommt um Jahre zu spät. Wirklich jetzt als Beschwerden noch? Was habt ihr zu erzählen? Was gibt es denn? Dieses und jenes, weil sich auch die Experten nicht ganz sicher sind, wie es da weitergeht. Pérez fährt, wenn gefahren wird, jetzt offenbar doch. Und wir schauen da immer mit einem Auge darunter, Nikita Mazepin mit der Regenjacke, der ist besser ausgerüstet als du, lieber Ferdinand. Und wir warten und schauen, was passiert und versuchen auch die Fragen unserer Zuschauer zu beantworten und sind schon ganz gespannt auf das Umfrageergebnis zu Ketchup oder Mayo. Es ist ja ganz schlimm, wenn der ORF-Experte sogar Pommes frites eigentlich serviert oder Kellner ist. Ja, hast richtig gesagt. Multitasking ist aber auch ganz modern. Gut, zeichnet dich aus. Ich glaube, das war jetzt genug Zeit im Brockenen. Nicht, aber ich nehme noch ein, zwei und hau ab wieder ins Regen und lasse ich. Viel Spaß, Jungs. Hoffen wir haben wir eine Rennen bald. Ja, absolut. Danke, Ferdinand. Danke, Ferdinand. Das ist wirklich sehr nett. Da könnte man die auch noch haben. Ferdinand. So, die Stimmung nach wie vor gut hier ausgezeichnet. Genau, da haben wir sie wieder. Die Fans. Die Stimmung nach wie vor gut hier. Du kannst ihm nach wie vor gut hier. Untertitelung des ZDF, 2020